Guck' ich das an. Gareth Bale? Zieht nach innen. Rotes Time Finish? Okay. LOL! Hääää! Hääää! Ich distanziere mich von dem Tor. Ich habe mit dem Tor nichts zu tun. Ich habe mit dem Tor nichts zu tun. Ich distanziere mich davon. Die hab ich auch gequittet. Bin ich ehrlich? Ich glaub, da wär meine Zündschnur auch kurz gewesen.